Oh, schaut euch die mal an, da ist die kleine Emily und die Emily werden wir heute als Enderman trollen, aber nicht als böser Enderman, sondern als lieber Enderman und hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, abonniert auf jeden Fall erstmal diesen Kanal und aktiviert rechts neben die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst, schreibt noch ein nettes Kommentar, damit ich euch ein Herz geben kann und wenn ihr ganz ganz cool seid, dann gebt dem Video sogar einen Daumen nach oben, und dann seid ihr auch auf jeden Fall in der Lamy Army, der coolsten Army auf ganz YouTube, aber Freunde, ich würde sagen, wir begrüßen jetzt erstmal die liebe Emily, so, dazu werfen wir jetzt erstmal diese Enderperle nach vorne und boom, oh, hallo, Emily, ich bin hier, was, was ist, oh Gott, ein Enderman, oh, warte mal, was, was möchtest du von mir? Ich bin ein sehr, sehr böser Enderman und ich möchte, ähm, dein Herz klauen Oh, ich darf dich ja gar nicht angucken, oh Gott, oh Gott, aber warum, warum redest du überhaupt mit mir? Ach, das war doch nur ein Scherz, ich bin ein lieber Enderman, vertrau mir, ich bin nicht so wie die anderen Endermänner, die dir dein Haus klauen oder paar Blöcke, ich bin ein sehr, sehr toller Enderman Aha, ein lieber Enderman also, hm, das glaube ich dir nicht so ganz, also, die anderen Endermans, die ich angucke, die werden immer total böse auf mich Ja, und siehst du, du kannst mich angucken und ich werde nicht aggressiv, schau mal, du guckst mich sogar an und ich bin so fröhlich, ich baue dir jetzt sogar ein Haus Ein Haus möchtest du mir bauen? Hm, ich weiß ja nicht, ob ich dir vertrauen kann Ach, schau mir einfach zu, so, ich baue dir jetzt eine kleine Strandhütte und die wird sehr, sehr schön sein, so, dann hier, zack, zack, zack und gefällt dir schon deine neue Bude? Oh, es sieht ein bisschen merkwürdig auf, vor allem, weil das von einem Enderman gebaut wird Äh, was soll das denn heißen? Findest du etwa, ich bin hässlich oder was? Äh, nein, das will ich gar nicht sagen, aber, äh, ich habe eigentlich totale Angst vor dir und jetzt mit dir so zu reden und dir nah zu sein, das, das macht mich schon ein bisschen ängstlich Ähm, hab keine Angst, du kleine Angsthase, so, ich baue dir jetzt deine Strandbude fertig und dann kannst du hier auch den schönen Strand genießen Oh, das ist wirklich lieb, aber warum machst du überhaupt sowas Nettes für mich? Naja, ich bin doch der liebe Enderman Äh, ah, okay, hm, vielleicht muss ich mir da noch was überlegen, damit ich dir wirklich ganz vertrauen kann Warte mal, du vertraust mir also immer noch nicht? Hey, sag mir irgendeine Sache und ich mache es für dich, jede Aufgabe Hm, ich weiß noch nicht ganz genau, baue erstmal das Haus zu Ende, vielleicht ist mir ja dann etwas eingefallen Alles klar, das werde ich auf jeden Fall erledigen So, Moment mal, vielleicht machen wir hier noch so eine kleine Klappe hin, zack, zack, zack und guck mal, das Haus sieht doch schon mega cool aus, oder nicht? Oh ja, so als Sonnenschutz ist das ziemlich gut, hast du eigentlich ganz schön gemacht, Enderman Na siehst du, und gibt es noch irgendeine Aufgabe, die ich für dich machen kann, Emily? Wenn du wirklich lieb bist, dann bringst du mir jetzt ein Diamantblock Oh, ein Diamantblock? Oh Gott, oh Gott, wo soll ich den jetzt herbekommen? Aber, Emily, keine Sorge, ich bin ein lieber Enderman, und deswegen werde ich dir jetzt sofort deinen Diamantblock besorgen Ciao, bis gleich Oh, Freunde, gleich werden wir den Diamantblock besorgt haben, bei der Bank, dann wird uns Emily auf jeden Fall voll und ganz vertrauen Das wird auf jeden Fall mega cool, und ganz am Ende, Freunde, deswegen bleibt auch auf jeden Fall bis zum Ende dran Am Ende werde ich nämlich Emily einen kleinen Scherz spielen, also ich werde sie auf jeden Fall noch trollen Ganz so lieb werde ich nicht sein, denn am Ende habe ich noch auf jeden Fall noch TNT dabei Oh, Leute, das wird sowas von lustig, aber erstmal müssen wir ihren Diamantblock besorgen So, das geht ganz schnell, wir teleportieren uns einfach zum Tresor Moment mal, oh oh, der Bankchef ist da, aber kein Problem, wir teleportieren uns einfach daneben So, und keiner hat uns gesehen, zack, okay, Freunde, wir sind jetzt hier bei der Bank Und, oh, ein Diamantblock braucht sie So, dann nehmen wir das einfach mal mit, zack, und den Diamantblock haben wir fertig abgebaut So, jetzt wieder ganz schnell raus, oh Gott, oh Gott, oh, der hat mich gesehen Oh, hey, was macht hier ein Enderman? Moment mal, hast du meine Diamanten geklaut? Äh, äh, warte mal, nein, sowas mache ich doch nicht, ich bin ein lieber Enderman Oh, hey, ruf die Polizei Oh, Freunde, das war knapp, aber Leute, jetzt gehen wir wieder direkt zurück zu Emily Und dann schenken wir ihr den Diamantblock und dann haben wir ihr Vertrauen auf jeden Fall gewonnen So, und dann wird die nicht mehr misstrauisch sein So, Freunde, wir sind jetzt gleich wieder da Und schaut mal, die Strandhütte sieht echt gut aus und Emily, da bin ich Oh, da bist du ja wieder Äh, dann zeig mal den Diamantblock, den ich von dir wollte Und, tada, bitteschön Oh, du, du hast ja wirklich einen Diamantblock mitgebracht Natürlich Ich kann's dir kaum glauben, du, du bist ja wirklich ein lieber Enderman Also vertraust du mir endlich? Hm, ich glaube, ich werde dir vertrauen Oh, warte mal, falls du mir immer noch nicht vertraust, dann werde ich dir jetzt erstmal was Frisches zu essen machen Hm, dann möchte ich, dass du mir einen leckeren, saftigen Fisch machst Oh, oh, nichts leichter als das Wir sind ja hier direkt am Meer und ich habe meine Angel dabei Das heißt, tada, und jetzt werden wir erstmal einen coolen Fisch angeln Ein Enderman, der angelt, das habe ich noch nie gesehen Oh, Freunde, habt ihr das mal gesehen? Ich glaube nicht Aber Leute, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da Und gleich wird schon bestimmt einen Fisch anbeißen Und da haben wir ihn Und, oh, Moment mal, oh, eigentlich haben Endermänner Angst vor Wasser Aber für dich springe ich sogar ins Wasser Und tada, da hast du einen Fisch Oh, vielen Dank, so roh ist das ja nicht so lecker Aber trotzdem nehme ich das an Oh, wie cool Okay, Freunde, ich würde sagen, wir braten dann einfach noch den Fisch Weil roh schmeckt er natürlich nicht So, tu den Fisch einmal rein in den Ofen Zack, und dann hast du gleich einen gebratenen Fisch Hm, das hört sich schon viel besser an Und wenn du möchtest, darfst du auch was davon abhaben Oh, liebend gern, aber ich muss mal ganz kurz pipi So, ciao Hä? Oh, Mann, ey, auch Endermänner müssen mal aufs Klo Oh, Hilfe, da verfolgt mich irgend so ein Killer Moment mal, ein Killer? Hey, woher kommst du denn? Oh, hey, Emily, wo hast du den denn jetzt herbekommen? Ich weiß es nicht, der kam auf einmal und hat mich einfach geschlagen Aber ich habe ihn erledigt, ich habe zum Glück ein Diamantschwert dabei gehabt Du hast mich gerettet, ich danke dir so sehr, dafür kriegst du auch den Fisch Ah, Quatsch, den darfst du essen, bitte schön Oh, danke schön, ich hoffe, ich kann dir irgendwann zurückdanken Ah, Quatsch, keine Sorge, du könntest den Fisch einfach in dem Haus aufessen Oh, ja, das mache ich liebend gerne in diesem tollen Haus hier drin Und, Freunde, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für den Troll Wir waren jetzt die ganze Zeit lieb, aber jetzt werden wir das TNT bei Emilys Haus platzieren Let's go, Freunde, wenn ihr das auch sehen wollt, dann lasst genau jetzt einen Daumen nach oben da Und, Freunde, vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren So, dann würde ich sagen, einmal hier, zack und Hey, Emily Hä, ist das etwa TNT? Überraschung Was machst du denn mit meiner schönen Hütte? Oh nein, warum machst du das denn? Ich bin doch nicht so ein lieber Enderman, das war nur ein Troll Ich wusste doch, du bist böse, wenn ich dich in die Finger kriege Und tschau, du wirst mich niemals bekommen Oh, Freunde, die Emily, guckt euch die mal an, die rennt mir hinterher Aber die wird mich niemals bekommen Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren Schaut noch bei der wütenden Emily vorbei Da haben wir auch coole Videos gemacht Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder Und tschaui Bleib stehen Und weg mit mir